Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft in Draenor. Wie immer mit dabei, natürlich, was würde ich ohne ihn nur machen, der liebe Swifty. Ja, ja, hallo, das war mal lieb von dir. Hi. 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 Ja, wir haben in der letzten Folge die Belagerung gemeistert und können die Quest beenden. Ich kann auch die Quest abgeben. Ich finde das generell cool, dass wir das zusammen machen konnten. Ja, aber es hängt. Auch wenn es hängt. Auch wenn es hängt. Bei dir hängt es auch? Ja, Quest beenden. Also das, ja. Also, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist es weg. Ja, dann dauert es bei mir ein bisschen länger. Und hier unten habe ich laut meiner Meinung... Ah, okay. Bei Durotan können wir eine neue annehmen. Kann ich. Ja, ab da hin. Ich auch. Ich auch. Jetzt wirft ihr auch. Matt. Ein Dolch. Oh, ein cooler Dolch. Der Eiswolf. Wow. Da ist nur der Eiswolf getötet. Okay, das ist nur eine so kleine. Ja. Ja, vor allem. Wir haben hier eigentlich... Wir sind hier durch mit dem Questen, gell? Ja. Wir haben das... Ja. Gebiet beinahe... Ja. Kommst du wieder zu mir? Was habe ich? Was blinkt denn hier so? Ah, okay. Ich habe eine... Äh, ich habe was abgeschlossen. Von wegen von meinen Aufträgen und so. Was soll du, Mann? Ja, bis du da bist, kann ich mir das leichter schauen. Ich muss ja auch noch. Ich muss ja auch noch. Okay. Äh, abschließen. Meine Mission. Ja, wir sind beide im Stress. Ich habe drei Missionen abgeschlossen. Ha, fleißig. Oh, mit 100%. Gerade so geschafft, die Mission. Ja. Das ist echt so. Das ist verfügbar. Da haben wir noch eine, die ist verfügbar. Die dauert 45... Äh, Chance 64%. Ah, Mission starten. Packst du. Pack ich locker. Locker. Oh, ich habe neun Götter bekommen. Jetzt könnte ich noch schauen, wie lange die anderen noch laufen. Die Missionen. 12 Minuten, 12 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten. Okay. 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 Neun Stunden. 100%. Starten. Nächste Mission. 100%. Starten. Und das heißt, 30 Minuten. Hey. Eine Stunde? Nicht starten. Nicht starten, eine Stunde. Der geht drauf. 100%. Hey. Übrigens, die eine Quest, wo ich mir gedacht habe, die war für die Uni. Das sieht schon zwei Folgen aus. Die habe ich jetzt gemacht, also off-screen. Das war nämlich meine Quest für Ingenieurskunst. Da habe ich jetzt die Rezepte bekommen, die ich mir schon gekauft habe. So hart, Matt. Händlerpreis, die kann ich zumindest um 150 Gold verkaufen. Aber das eine, das ist ohne, oh, da kann man, nö, gar nix. Oh, du Feudige. Okay. Ja, nö, gar nix. Ja. Immer noch 600 Garnisionseinheiten? Du, die sind schnell weg, wenn es ums Aufrüsten geht von den scheißen Dingern. So, jetzt komme ich zu dir. Jawohl, ich warte sehnsüchtig. Zum Garnisionsführer. Mein Führer. Führer. Und immer, wenn ich zu dir springe, ist erst so ein komischer, viereckiger Würfel mit so weißen Punkten und so. Ja, das ist, das ist, das habe ich auch schon mal gesehen, das ist ein Bug, das ist für die Grafiker. Das ist für die Grafiker, genau. Wir sehen da in das Arbeitstechnische der Grafiker. Grafik. Hallo. Hallo. Grafiki. Okay, dann aufmauzen. Und raus da. Boah, das Gletschreitrost von Unterstadt steht mir so gut. Ja. Ah, schon cool. Dann laufen wir da wieder hinten über die Klippe runter. Ich meine, ich habe ja früher nur Allianz gespielt. Variant. Hammisch gespielt. Nachtelfen. Hammisch gespielt. Und als ich zur Horde gewechselt bin, gab es nichts passenderes wie eine Blutelfe als Jägerin. Im Dienste von Unterstadt. Silvanus. Silvanus. Ja. Das ist eine geile Sau, du. Ja, dir gefällt dem kleinen Zwifti. Die kriege ich auch noch in klein in mein Zimmer. Nicht zum Aufglasen. Ja, ja. Und Zwifti, was hast du gemacht? Ich gebe dir die Kurzversion. So, da kommen wieder die kleinen Spinne. Ich schalte jetzt wieder die Balken aus. Ich mag die nicht. Alter, die maunten mich ab. Die Arschlöcke. Jetzt sind sie weg. Der Rekse. Oh mein Gott. Du bist zumindest wieder da, aber die ganzen Möpse sind hier verschwunden. Ja, hier ist auch alles weg, weil wir sind jetzt im Felsiengebiet drin. Weil, nochmal, theoretisch, logischerweise, haben wir die gelegt, die da jetzt waren. Weißt du, die da in dem Gebiet waren. Die sind ja bei uns eingefallen. Aber hier ist gerade Krieg. Ja, genau, hier ist Krieg. Ja, Krieg ist mir egal, solange ich durchlaufen kann. Und den einen Killen, den wir noch brauchen für unsere Quest, bin ich glücklich. Zur Situationsbestimmung, hier war eben gerade noch kein Krieg. Und die sind bei uns in die Garnison eingefallen und jetzt herrscht hier Krieg. Ja, ist klar. Da müssen wir jetzt, glaube ich, rein. Der steht jetzt, glaube ich, in der Mitte drin. In dem A, oder? Ja. Na ja, zumindest. Tanz da hin. Okay, da müssen wir uns durchkämpfen. Ja, da kämpfen wir uns halt durch. Hilft nix. Hast du keinen Dialog bekommen? Doch, nicht mehr lange war. Also. Ja, die Brut war stand hinter dir, so wie ich. Okay. Das hier sind so Quests, die die Story weiterbringen. Genau, aber Cutscene in dem Sinn hatte ich keine. Nee, keine Cutscene. Okay. Das wird unterschiedlich weitergeführt, die Story. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Ja, Abwechslung. Die könnten mehr Cutscene einbauen. Faustwaffe. Ja, umso mehr hätten wir zum Schneiden, aber ist egal. Es ist dein Kusserl, gib mir Cutscene. Ja. Ich hab's seit jahren zu spüren der Zeit. Wir müssen ja nicht alle Cutscene rausschneiden. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, genau. Wir müssen ja nur die gefilmten oder die so Filmlike-Scenen rausschneiden. Räustisch. Die sehen voll cool aus. Dürfen wir da schon drauf haben? Nee. Nee. Komm ich an. Wir würden uns eines Tages auf dem Schlachtfeld wiedersehen. Oder erkennt ihr euren ältesten Bruder nicht mehr? Fenrich. Sind das alles Brüder? Lass uns reden. Wir sind noch immer eine Familie. Eiszunger, verschlinge sie. Moment, das ist der. Okay. Ihr Champion, konzentriert euch auf Fenrich. Wir müssen uns auf ihn konzentrieren. Mach mal. Ihr musst eigentlich sagen Champions. Wir sind ja zwei. Oder so. Krieg mal hin. Ich hab schon mal schlimmere Dinger durch. Nein, krieg mir nicht. Wir werden alle sterben. Jetzt aber. Down. So. Ihr Klan ist erledigt. Die eiserne Horde ist in der Falle. Verräter. Hey, es war ein. Hi. Der Tag, Champion. Die eiserne Horde wird gegen uns vorrücken. Wir müssen bereit sein. Das werden wir. Sie werden diesen Pass niemals einnehmen. Alles in Ordnung, Liebster? Niemand wird uns unterjagen. Wir werden nie in Ordnung sein. Jeder hat seine Wahl getroffen. Alter. Kommt zum Donnerpass. Der Feind ist 50 zu 1 in der Überzahl. Sie haben nicht die geringste Chance. Der Feind ist 50 zu 1 in der Überzahl. Sie haben nicht die geringste Chance. Voll cool. Jetzt geht Storyline weiter. Oh, herrlich. Ja, hat ja ein bisschen gedauert, aber... Aber ging, ja. Ja gut, wenn du alle Quests rundherum in dem Gebiet machst, dauert das ewig, bis die Storyline fertig geht. Wenn du die Quests raussuchst, klar. Aber wir sind ja hier, um alles zu machen. Ah ja, Krieg ist vorbei, wie ihr seht. Genau, und wir müssen zum Fragezeichen. Genau. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alter, ich hatte hier schon Cutscenes, da hatte ich Pippi in den Augen gehabt, so geil waren die. Ja? Ja, war richtig episch. So. Okay. Alles da auch noch ein bisschen. Ne, so laufen wir noch ein bisschen außen rundum. Wir hätten eigentlich den Weg da entlang gehen können, untenrum. Aber egal, da hätten wir untenrum laufen können, das ist ein Wurscht. Ich bin einfach instinktiv hier rüber gelaufen. Richtung Pfeil. Da wäre doch ein Weg, ist das der falsche? Ähm, nein, das ist der richtige. Das ist ein anderer Weg. Ein anderer Weg. Ja, viele Wege führen nach Rom, oder wie heißt es so schön? Oder nach Drenor. Oder nach Drenor, ja. Ah, die ist da oben, die hat zum Abgeben die Quest, okay. Da ist dann auch wieder ein Flugpunkt, finde ich sehr genial. Hä? Ja, hier müssen wir. Ah, der oben drauf. Ja, genau. Da ist das Checkpoint Charlie. Ein Flugpunkt. So. Flugpunkt deckt. Flugpunkt mitnehmen und seine Quest abgeben. Abgeben. Aha. Ich bin hier. Okay. Wir kämpfen gemeinsam. Komm, wir gehen mal bei Thrall an die Front. Okay. Jetzt können wir die Filme nachspielen von Bud Spencer und Terence Hill. Phase 1. Mit Du-Jotar reden. Ich quatsch den mal an. Ziehen wir los, Phase 2. Oh. Ja, da waren sie auch schnell vorne. Doch der Frostwolk. Ja, bei mir stehen die noch immer hier. Oh. Gemeinsam werden wir dieses Land verteidigen. Bei mir hat der auch Volltext. Ja, hier. Ich stehe hier vorne und das Volltext. Macht euch bereit. Ja, bei mir laufen die jetzt so schön gesittet hier in die Berge rein. Was? Okay. Ah ja, da kommen die ersten Gegner. Ja. Ja. Ja, da sind wir oben. Immer mit ne Fresse rein. Lass sie zu euch kommen. Na klar. Ich wollte mich jetzt nicht großartig vordringeln, du. Ich stehe am besten hinter Thrall. Hallo, lass mir einen übrig, ja? Ja, EP. 2 EP. Ja. Phasen. Ja, da kommen eine Menge. Also. Okay. 4 EP. 4 EP. Ich passe 3. Solange ihr diesen Kanonendabro ausgesetzt seht, zerstört diesen Panzer. Okay, jetzt müssen wir mit 2 zum Panzer gehen. Ja. Und ich würde mal sagen, Feuerbrei. Ich hatte den besten Lehrmeister direkt da. Er würde sich freuen zu hören, dass ihr das gesagt habt. So. Nummer 2. Verteidigung, Phase 4. Kommt noch ein paar. Okay. Okay. Das ist einfach nichts dran vorbei. Voll ignoriert und so. Ja, der gehört auch nicht. Da vorne kommt jetzt die erste Phase. Ja. Jippie. Phasen. Phasen. Ja, mit den Phasen. Okay. Ich sehe nur noch rote Balken. Ja, so viele sind sie ja gar nicht. Nö. Nö, es geht nicht. Ich habe nur gestörert. Und trotzdem kommen sie immer wieder. Wir wollen mal weiter. Kanonen fütt auch. Ja. Das ist das Beste daran. Dem geht voll einer vorne. Der hat den vollen Spaß dabei. Phase 5. Was? Jetzt schon? Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. Wir sind noch nicht mit der vierten Phase fertig. Danach. Steh ihm zur Seite. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. So, jetzt müssen wir gerade hoch zum Schamanen an den Berg. Stellt sicher, dass mein Bruder nicht seinen Hals riskiert. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Ob der auch nicht schützt wird? Oder nee, da müssen wir einen beschützen. Okay. Oh ja, ihn hier. Der so abgeht. Ja. Weißt du, dann noch diese funny moments im Game. Das ist so cool. Ja, schon episch. So beschützten. Ich schulde euch mein Leben. Naja. Erste Welle, zweite Welle. Müsst du wieder runter, oder? Ja. Ich mähe meine Feinde hier nieder wie Gras. Wie Gras. Ich rauche meine Feinde nieder wie Gras. Ich kann die Dinger-Fürsten riechen. Wow. Das nenne ich mal ne Welle. Jupp. Oh, die machen ja ne Welle hier. Haltet die Stellung. Jetzt wird's interessant. Wir müssen auf jeden Fall dieses Mammut zu Boden bringen. Lass mal näher kommen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss da hin. Ich muss es töten. Wenn es einen Lebensbalken hat, kann man es töten. Ja, genau. Okay, komm. Drauf. Die kommen sowieso hier runter. Denke ich mal. Hippi, 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 hippi. Schweinebacke. Und Mammut down. Hört? Ja, ich hab's. Der hat Besuch. Der hat Besuch mitgebracht, den Mammut. So. Truff, 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 truff. Oh, ich hatte gerade deinen Leerwandel im Visier. Alles tot. So. Aufgeräumt. Darf ich jetzt spielen, wenn ich aufgeräumt hab? Feuer abfangen? Ach komm, was war der Geiz? Ich geh mal vor und du klopf mal drauf auf das Mammut. Ach, du mit deiner Pfeifen, du Pfeifen. Ich wollte gerade auch pfeifen, aber naja. Und wieder schön mit der Fläche rein in die Arschlöcher. Da sind schon alle... Oh, hinter uns. Hoppala. Wie sind die denn durchgekommen? Mit meinem Blut rauf ich gar nicht gesehen. Okay. Siebte Phase. Überlass ihn mir. Puh. Und mir. Und vielleicht ein bisschen mir. Ich weiß ja auch, weil du bist übrig. Das ist ein Totenkopf. Kommt mit mir, Champion. Ui. Ja, Totenkopf töten ist schon interessant. Äh, ich hab den angezeigt. Kommen die auch? Hallo, hier, Hilfe. Das ist bei mir ein Schuss gelöst. Ja, typisch Hunter. Betäubt. Ist aber uncool. Ah ja, läuft. Ich will fangen spielen. Ich will fangen spielen. Ach. Oh, cool. Woher kommt der denn her? So. Phase 8. So, nochmal zurück. Nochmal zurück. Erste Welle, zweite Welle. Also jetzt wird es aber dann langweilig. Erste Welle, zweite Welle, erste Welle. Können die mal nicht eine dritte oder vierte Welle hinzufügen? Ja, genau. So, Fläche raushauen. Die laufen von ganz alleine rein, die Idioten. Ach ja. Ich hab ja noch fallen. Och. Ich vergesse manchmal, dass ich so viele Fähigkeiten habe, um Unfug anzustellen. Ja, ich hab sehr viele Fähigkeiten gar nicht rausgezogen aus dem Zauberbuch, weil ich es gar nicht brauche. Genau. Hey, zweite Laula-Welle. Ja, wie viele Phasen gibt es hier? Ich glaube, hier müsste die letzte Phase sein, bevor es zu Ende geht. Bevor die letzte Phase kommt. Bevor die letzte Phase kommt. Ja, jetzt die nächste Phase, das müsste die letzte Phase sein, bevor die letzte Phase kommt. Ne, hier, letzte Phase. Ha, siehst du mal. So, scheiß hab ich ja in die Rede. Yeah. Okay, da hab ich auch schon hübschere Leute gesehen. Ach, der ist doch wunderschön. Findest du? Boah. Heute ist Gegenteiltag. Ach so. Gegenteiltag. Ich kenne mir auch mal ein bisschen aus, dem sein Damage-Meter rausging. Dem sein Damage-Radius... Ach. Ach, stehenbleiben. Je mehr sie sind, desto tiefer fallen sie. Ich sehe nix. Hui. Episch. 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 Was ein episches... Episches... Was ein episches Ende von unserer Aufnahme für jetzt. Wahnsinn. Hui. Wahnsinn. Willst du noch eine Folge anhängen oder mach mal... Wie du willst. Generell. Naja, es ist schon sehr spät. Warte, wir gehen mal hier die Quest abgeben. Komm, dann ziehen wir die Folge hier noch ein bisschen mit Quest abgeben. Und dann denke ich mal, reisen wir zur Garnision zurück. Ähm. Neuen Schädel. Hier dann weiter questen. Ja gut, aber wir können bis hierher fliegen. Na, dann mach mal generell cut. Hier die Quest annehmen. Die habe ich noch angenommen, ja? Äh. Stopp. Du... Bevor es... Bevor du zurückgehst, hier kannst du noch einen von drei Leuten auswählen. Was ist mit... Was... Die werden deine Missionare. Also einen davon kannst du als Missionar auswählen. Ehrenhafte... Also ich habe hier... Die habe ich geholt. Das ist eine Schamanin. Aber ich weiß nicht, Schamanin habe ich schon... Ne, ich nehme ihn in der Mitte. Ich nehme hier die Alte. Großmutter. Okay, dann haben wir noch eine Quest zum Beenden. So. Level 90. Beenden. Passt perfekt. Großmutter. Ich habe die Großmutter. Ja. Gut. Dann Garlisionsruhestein. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, während der läuft... Das hat mich gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Morgen oder so. Ich wünsche euch was. Tschüss mit dir und ciao mit auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Man spielt heute und sieht sich. Tschüss. Jetzt hat mein Ruhestein nicht geklappt. Meiner auch nicht. Scheiße. Und aber... Verbrauch. Wir müssen warten.